Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Muffins mit Thunfisch. Mal etwas anderes? Dann versucht doch einfach einmal die Muffins mit Thunfisch. Sie haben etwas von einer Pizza mit Thunfisch, aber nur ein wenig. Für 12 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Bunt Frühlingszwiebeln 150 Gramm Thunfisch aus der Dose 250 Gramm Vollkornmehl 2 Teelöffel Backpulver 1 halber Teelöffel Natron Viertel Teelöffel Salz Frisch gemahlener, schwarzer Pfeffer 2 Eier 50 Milliliter Rapsöl 100 Gramm Joghurt 200 Gramm Creme Fraiche Öl zum Einfetten der Form Folgende Utensilien werden benötigt. Messer Schneidebrett Muffinform für 12 Muffins 2 Schüsseln Sieb Zubereitung Die Zwiebeln waschen, trocknen, den Wurzelansatz und die Welkenblätter abschneiden und in feine Ringe schneiden. Den Thunfisch abtropfen lassen und zerbröseln. Mehl in eine Schüssel sieben. Backpulver, Natron, Salz, Pfeffer und die Zwiebelringe dazugeben und vermischen. Eier in eine Schüssel geben und verquillen. Öl, Joghurt, Creme Fraiche und Thunfisch dazugeben und vermischen. Die Eier und das Mehl zu einem glatten Teig verarbeiten. Die Muffinform einfetten. Den Teig auf die Förmchen verteilen. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die Muffins knapp 25 Minuten goldbraun backen. Die Form aus dem Ofen nehmen und 10 Minuten abkühlen lassen. Die Muffins aus der Form nehmen und ganz abkühlen lassen. Die Muffins schmecken am besten, wenn sie noch warm sind. Als Beilagen eignen sich Butter oder Kräuterbutter. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!